Oh, du glätzt so schön. Hallo, Minecraft-Freunde, weiter geht's in... New Life! Äh, Kalle ist heute nicht dabei, den hab ich leider nicht erreichen können. Dennis ist leider heute auch nicht da. Aber dafür ist das Teil da. Es ist Yamaha, PSR 200. Was ist denn? Ach, das Teil. Ich meinte, dass du ein riesiges Dach gebaut hättest. Wo ist denn dein Dach? Du sollst es dem Team essen. Äh, bei meinem Haus. Wo ist denn dein Haus? Äh, auf meinem Haus. Dieses Spiel! Metis, das sieht aber nicht gerade, es sieht das aus. Es ist, äh, es ist schön, es ist schön genug. Naja. Ich hab keine Ahnung, wie ich dem das Zeug geb. So. Äh, mit der Hand. So, Leute, ich hab auch ein bisschen was vorbeigereitet. Äh, warte mal, ich bin nicht in meinem Haus vorbeigerannt. Ich deb. Äh, wir werden hier ein Aquarium bauen und dann werden wir unser Winterbarten weitermachen. Ach, Mann. Äh, genau. Helm verzaubern. Äh, nein, nicht hier, wollte ich hin. Ich wollte, ich wollte da hin. Direkt mitnehmen. Der Gag ist immer wieder schön. So, und meine Zuschauer haben richtig bemerkt, äh, in dem Screenshot oder beziehungsweise in dem, ähm, ach, brauche ich ja gar nicht. Also, äh, ne, in dem Forscherbild war, ähm, Thumbnail, genau. Nicht schlecht. Thumbnail, wollte ich sagen. Ähm. Geht da nicht rein. War schon ein Teppich, ja, den hab ich hinterher gelegt. Geb ich ja auch zu. Boah. Wollte den halt noch mit dabei haben bei dem Thumbnail. Mädels, ich hab Schabnis 1 auf dem, auf dem Steinschwert gemacht. So, was ich jetzt machen will, ist hier so, ne? Oh, Mann, wo haben wir denn das Zeug, was ich brauchte? Äh, Eisen, da haben wir's. So ein bisschen, dass das nicht alles so, ne? So komisch aus. So, das ist Gabro. Ey, sag doch mal. War? Bin ich das nicht mehr gebacken hier? Okay, ich hab keine Ahnung, was man mit diesem Teil macht. So, dann haben wir das. Dann, das ändere ich auch nochmal ab. Ich wollte dich haben, das habt ihr ja geschrieben. Dann kann ich dich hier da... Leider, gibt mir was zu tun. Wie mach ich denn hier irgendwas? Ähm. Ja, bau doch ein Haus, oder... Also, bau doch dein Haus. Glas, ey. Oder du baust dir bei mir ein Zimmer irgendwo. Okay, ich wohne jetzt bei Metas, danke. Ich hab ja noch eine obere Etage. Ich wohne im unteren Geschossen. Ja, Mann, Metas haben eine WG. Nein, es ist mein Haus und ich lasse Metas sogar drin wohnen. Ja, ne, ist klar. Ich glaube, dagegen hat Metas was. Ach, soll er doch haben. Natürlich hat er was dagegen, wenn er, wenn er, wenn ich meine, mein Haus, es gehört mir. Ich wette, er hätte auch was dagegen, würde ich jetzt sagen, würde er, wenn es ihm gehören würde, würde er, würde ich sagen, ja, es ist meins. Ich sitze einfach mal dagegen. Es ist meins, ich hab's gebaut. Siehst du Metas, du, ich, ich lass dich sogar bei mir wohnen und du... Sag mal. Was zischt denn hier so wahnsinnig? Meine Dusche. Deine Dusche? Ja. Daffi, du duscht, ist ja ekelhaft. Ja, aber immer nur mit Rüstung, damit die auch schon sauber wird. Ach so, ach so, okay. Verstehen. So, jetzt will ich noch... Warte mal, kann man... Ich laufe unter deine Dusche. Ja. Kommst du mit? Das gefällt mir. Natürlich. Wir können danach noch in die Badewanne. Geht nicht, geht nicht. Oh ja, und bitte ich. Okay, dann mach ich noch, mach ich noch. Ähm... Oh, ich hab nur noch einen. Oh, du glätzt so schön. Hm, das sind meine Levels. Ich hab scharples Eis auf ein Steinschwert. Ich auch, aber auf ein Dier-Schwert. So. So, genug mit dir gebadet. Wir können ja noch gemeinsam... Also, da müssen wir uns aber ein bisschen teilen, ne? Also, ich... Geht drauf und drück F. Die Zuschauer haben ja gemeint, ich soll Kirschholz nehmen. Das werde ich jetzt noch machen, weil es mir gerade eingefallen ist. Also, gleich. Sind da gar nicht. Das ist schön... Die Kanten haben hier. Tut nix. Wer furzt denn hier? So. Das ist das Schöne, das kommt bei Lyra's drüben an. Bei mir kommt das nicht. Ich weiß auch nix. Ja, das ist irgendwie verbuggt. Warum kommt das eigentlich bei mir an? Aber Lyra's hört es da noch. Wenn ich das gedrückt halte, furzt das länger. Oh, du musst es ganz oft drücken. Du musst es ganz oft drücken. Ernsthaft? Ja. Ja, okay. Oh, okay. Dann haben wir hier so ein bisschen, ne? Ich finde es so schön. Ich hab heute früh eine Bohne gegessen. Da haben wir rastet aus. Eine? Moment. Ein Feld. Kommt so nähern. Ne, kriegen wir ja nicht daneben. Das geht ja nicht. Hier bitte. Hast du eigentlich die Scherge wieder zurückgelegt? Äh, was hab ich zurückgelegt? Die Scherge. Bitte aufhören. Nein, weil die hab ich doch selber gemacht gehabt. Aufhören. Wer hat eigentlich die Scherge hier aus der Kiste rausgemacht? Mann, das ist viel zu laut. Hör mal bitte auf. Ich mach da gar nix. Ich hab doch schon lange aufgehört. Ja, laber doch nicht. Ich laber nicht. Ich hab... Alter. Was denn? Das kommt bei mir zu 100% perfekt an. Das ist übermäßig laut. Das ist richtig, richtig anstrengend. Dann reden noch Duffy und dann reden noch Metos. Ja. Und dann furzt du noch ganz halt hier rum. Also ich leg jetzt nochmal ne Scherge rein hier in die Kiste. Alter, das war grad wirklich richtig... Doch, klar. Ich hab echt auf die Ohren gedrückt. Das wollte ich haben. Habe ich denn schön, wenn du das abgeholt hast? Keiner zu Hause. Ach, was klinge ich denn bei meinem eigenen Haus? Doch. So. Das ist doch schick. Oh, hier läuft T-Man. Metos, kommt Fernsehen gucken, es läuft T-Man. Geht nicht. Äh... Nein? Na gut, der ist. Bilder hat irgendjemand für euch Bilder? Da lass ich dich einmal... Warte ich doch erst. Kann ich die hier... Ich kann die leider nicht. Irgendjemand von euch Bilder? Nein. Nein. Äh, muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie man die baut. Leder müsste ich noch haben. Leder und Stücke. Ich hab kein Kirschlitzel. Wenn ich mich recht erinnere. Versetzt. Äh... Wenn du willst, glaube ich, dass in meinem Garten steht Kirschlitz. Aber erst mal will ich gucken, ob ich noch anderes Leder habe. Ich hab ja... Das hab ich noch richtig viel. Hm. Oh, Kala hat mir Amarmo geschenkt. Da. So, das sollte so halbwegs das Bad sein. Dann muss ich hier dann noch ne... Waschbecknissen stellen. Kann ich das hier mal abgrenzen? Hab ich noch irgendwo... Moment. Brauchen wir erst mal hier so... Was denn? Wie kann das denn weg sein? Ich hab hier auch so ein bisschen Platz. So viele Sätze hier. Metals. Willst du dein Zimmer hinhaben? Äh, was? Ja, ich brauch mein Kirschlitz wieder. Ich will wissen, wo das ist. Vielleicht in irgendeiner Tasche? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Äh, ich hab keine Taschen benutzt. Hab ich doch mehr im... Ach. Komisch. Ich find hier nicht mehr raus. Wie hab ich ihn hier gebaut? Oder ich bin wieder blind und seh es einfach nicht. Ach ja. Das wird sein, Lyrus. Das ist immer mein Problem. Wer von euch hat noch ein Problem? Weg damit. Ähm. Ähm. Du bist hier. Das da will ich. Jetzt. Ich schau dir eigentlich das Kirschholzer drin aus. Weg sein. Du musst doch auch irgendwo welches haben. Genau. So ist das. Ich hab 16 Sätzlinge und mein ganzer Garten steht voll mit den Dingern. Ähm. Ja, aber ich hatte ja auch über 30 Sätzlinge. Hast du aber nicht zufällig bei mir im Garten gepflanzt, oder? Bitte was? Nein, ich hab mit meinem Kirschholz noch gar nichts gemacht. Äh. Eine. Das andere sind meine Kinder. Na, wenn du willst, kannst du dir welche holen. Ja, werde ich es glaube ich machen müssen, weil meinst du es anscheinend weg? Äh. Nein. Die Zuschauer können ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob sie es irgendwo gesehen haben. Tu das nicht. Das geht ganz einfach. Nein. Ich hab die Falschen herstellt. Ich hab die Falschen herstellt. Oder Kalerzeiten geklaut. Böser Kalerzeiten. Warte mal. Oder einer von euch. E-E-M. Nö. Ich hab ja meinen Garten voll. Ich brauch nix glauben. Mit Wolle geht das. Mit Wolle. Ja. Und ich werde die Tür nicht aufmachen. Äh. Bilder. Ach, Mythos. Du hast doch mal Weizen gebraucht ohne Ende. Äh. Ah. Ich hab's. Möglich. Ja, dein Weizen ist es fertig. Was ist denn so? Wie viel Wald brauchst du denn davon? Äh. Ich brauch... Ich brauch... Ich brauch... Ich hab's gefunden. Im Moment gar nix. Im Moment gar nix. Wieso hast du dann... Wieso hast du dann ein ganzes Feld bei mir an mein Haus hier hingebaut? Also nochmal. Das kann man dir auch nicht sagen. Dass wir genug haben. Halt. Jedes Mal kann ich in die falsche Richtung. Das ist Jamas Schuld. Weil der immer nur klingelt. Kannst du dir mal verraten, warum ich nur mit 25 FPS aufnehme? Obwohl es das Spiel über 40 hat. So. Das ist New Life. Das ist komisch. Ganz viele Honigkomp. Ich hab die mal alle geklaut. Ja, aber ich glaub der Server schafft das doch nicht. Ey, was hat denn das mit den FPS zu tun? Ja. Du hast es dann nicht alles zu laden so. Und dadurch fängt es an zu legen. Das hat doch mit den FPS nichts zu tun. Der Server ist nicht für die FPS verantwortlich. Da. Ja, das ist ein Stück. Uiich. Wann komm ich denn? Ah, ich bekomme. Derrywood Planks. Ein einzelnes, kleines, da auch. Nein. Ich versuch's mal kurz wieder ausschauen. Moment. So, ein Stück. Das lösen wir. Ich finde es so schön, dass sich die Säge hier drin nicht verbraucht. Ne, das haben wir hier schon. Kann ich dich irgendwie in die Mitte stellen? Ne, Torz, warum geht denn deine Spüle nicht an? Ne. Ich weiß nicht, äh, weil du sie kaputt gemacht hast. Das geht doch. Das ist jetzt auf Englisch oder auf Deutsch? So. Dann haben wir hier so ein paar Bilder hier noch mit drin. Da bist du. So, Mädchenzimmer fertig, müssen wir uns ans Jungenzimmer machen. Hey, mach dich mal ans Yama-Zimmer. Yama-Zimmer? Sonst wohne ich in dem rosa nennen. Einfach nur irgendwas Grünes entstellen, Methos. Bist du du? Ach so. Halt. So. Ach nee, fehlt mir ja noch was. Äh. Ähm. Ne, das kann ich da nicht verwenden. Sobald es ist Bart fertig. Methos, warum hat das Mädchenzimmer Diamanten in Pet Draw? Äh, äh. Keine Ahnung. Ich hab die mal geklaut und die Kniet reingetan. Ich hab die... So, das da brauchen wir. Ähm. Bestimmt. Okay. Äh, erstmal... Und? Das da. Das da? Ja, wir brauchen eher oder der... No. Judith and Child. Erstmal so eine Tür. So. So. So gemacht, gut gemacht. Ach. Das hier auch so. Kann ich ja so jetzt hier nicht mehr hinsetzen. So. Äh, hat jemand Blau von euch? Blau? Ja, ich will das Jungenzimmer jetzt machen. Äh, vielleicht sind ja eine meiner umziehenden Blüchenblau. Ich hab Blau. Du hast Blau? Hellblau. Ich glaub ich hast nur noch blaue Farbe. Ich hab hellblauen Farbstoff. Das da kommt ab. Wenn du hellblau haben möchtest. Nein, nicht so. Hier kommt Eiche rein. Peters. Ja bitte. Wenn du hellblaue Farbe haben möchtest, kann ich dir gerne geben. Äh, nein. Ich dachte eigentlich mehr an Königsblau. Königsblau. Ja, für meine Kinder nur das Beste. Was ist denn bei dir Königsblau? Methorst, du hast eine sehr unanständige Tochter. Ich bin jetzt schon mal minus 55 bei den Herzen. Ja, hoffentlich. Und die werden nur wieder mehr, wenn ich ihr Zeug schenke. Ja. Weißt du, was die schon alles gekriegt hat? Das zeigt, dass ich sie richtig erzogen habe. Versuch's mal mit Redstone. Wenn sie nach ihrem Vater kommt, müsste es klappen. Nein, ich hab ja, ich, also ich meine, das Schwert hat sie genommen. Und die Rüstung auch. Allerdings, die Honigwaben will sie nicht. Vielleicht will sie ja die Diamanten. Ne, so die ich in ihrem Schlafzimmerschrank gefunden hab. Mythos. Ja. Blau kommt doch auch aufs Lapis, oder? Ja. Brauchst du Lapis? Lapis wäre auch eine Möglichkeit, ja. Könnte ich dir welches geben. Jetzt bin ich nur noch bei minus 14. Das hört sich gut an. Das heißt, ich muss ihr Diamanten schenken. Wie viel brauchst du? Ähm. Viel, denke ich. Also mindestens so viel, wie ich ein Mädchenzimmer verbraucht habe. Oh, es gibt eine Pflanze, aus der kann man Lapis Lazuli bekommen. Mythos, das macht man auch weg. Meine Tochter will Kohle. Nee. Da wird sie dir was husten. Versuch's doch mal, Jarmer. Also, Honigwaben wollte sie nicht. Ich hätte noch einen gebratenen Fisch. Oh ja, gib mal. Moment, wo bist du? Oh, ich habe einen Komatitekofer. Was? Wo zur Hölle bist du? Da fällt mir was ein. Was ist das? Ich hab da... Aha, jedes Mal, wenn ich zu Metas ins Haus reingehe, leckt's wie die Hölle. Äh, nein. Doch. Metas, deine Tochter... Du warst jetzt nicht gemeint. Ja, hoffentlich. Interact... Gift. Mit was vergifte ich sie denn mal? Hier ist der Fisch. Sollst du mich vergiften? Ja, mit dem Fisch. Äh, mit dem Schwert. Ah, die nimmt mein Schwert. Jetzt habe ich kein Schwert mehr. Metas? Äh, ja. Schau, Kiste. Schau, Kiste. Schau, Kiste. Dein Moment. Schau, Kiste. Metas, Schau, Kiste. Schau, Kiste. Ah, das ist gut. Interact, Gift. Reicht es dir? Dürfte erstmal reichen, ja. Okay. Denke ich zumindest. I'm not a trash can. Metas, ich gebe dir Apfelsaft und die sagt, das ist keiner Mülleilung. Ja. Die kriegt die Müll, die kriegt die Torch. Was hat sie denn zum Fisch gesagt? Äh, nichts. Äh, nee, sie hat gesagt, das ist bei bestem Willen kein gutes Geschenk. Vielleicht will sie ja Marmor. Get lost, you jerk. Wer heißt? Ich will die gerne hauen. Nein. Nicht hauen. Schwert oder ohne? I'm not a trash can. So, jetzt reicht es. Küss ich die so lange, bis sie mich haut. Hauen haus man nicht. So, minus 61, minus 74, minus 99, minus 121. Ich frag mich, wie weit das überhaupt runter geht. Ich wüsste es nicht. Ich bin schon verheiratet. Also würde ich mal sagen, es ist irgendwie minus 4 Milliarden. Quatsch, minus 2 Milliarden. Es könnte auch ein Byte sein, dann sind wir gleich dort. Ach nee, da wären wir schon dort gewesen. Ja, es ist ein Ind. Also geht es wahrscheinlich bis minus 2 Milliarden. Äh, ja, doch. Interact, kiss, slap. Metos, die spricht schon gar nicht mehr. Achso, jetzt I'm calling the guards. Äh, Metos, wenn da Flammen aus der rauskommen, heißt das, die ist Feuer und Flamme? Äh, nein. Das heißt dann wohl eher, sie ist stinksauer. Ach, meinst du? Ich bin erst bei minus 471. Du hast dich ja ganz schön beliebt gemacht. Ja. Ja. Ich bin jetzt bei minus 619. Also ich seh doch das Problem nicht. Ich hab keinen Plan mehr, wo mein Sohn hier ist. Metos, wie viel Herzen hast du bei deiner Tochter, äh, bei deiner Frau plus? Lass meine Frau bitte in Ruhe. Nein, ich frag doch nur. Ich weiß es nicht. Und wenn ich sie nicht in Ruhe lassen würde, würde das auf deine Herzen kein, äh, oh. Äh, was bedeutet denn, äh, Laune infuriated? Hat mir eine neue Idee. Was für Zeug? Keine Ahnung. Hab ich eigentlich einen Spiegel hier drin? Äh, ich glaube das bedeutet entflammt. So, ich gebe jetzt mal wieder Honigwaben. Nein, ich hab da keinen reingereizt. 913. Interact. So, jetzt bin ich bei 930. Ich könnte mal in einem Itemframe arbeiten. Vielleicht bin ich bei 1000. Metos, deine Tochter hasst mich gleich für 1000. Ja. Wolle und X. Ja, minus 1004. Yay. Ist nicht da. So, bauen wir hier mal ein bisschen Sticks auf. My father would never approve. Metos, hier steht, dass du niemals zustimmen würdest. Ja, was glaubst du, warum ich sie so erzogen habe? Also, ich weiß, wenn ich ihr Diamanten schenke, werden die Herzen wieder mehr. Ja, unter Diamanten brauchst du ja gar nicht kommen. Das heißt, mit ungefähr zwei Sticks Diamanten könnte ich sie auf plus 1000 bringen. Also im Moment noch. Ja, viel Spaß dabei. Nein. Ob sie mich dann heiraten würde? Nein. Ich hoffe nicht. Ich meine, ganz sicher, wie sie Feuer und Flamme für mich zu sein scheint. Die kann doch mir auch so lange her bei mir lassen. Geh da raus. Nimm dir das Übel, wenn ich in ihrem Bett schlafe. Geh da raus. Sie schaut dich nur aufmerksam an, damit sie rechtzeitig flüchten kann. Metos, wenn ich in ihrem Bett schlafe, nehme ich mir das auch übel. Nein, ich habe das Zeug nicht wieder bekommen. Okay, wir nehmen schon 18 Minuten auf. Mensch. Ach Mann. Das ist ja schon ganz schön cool. Dann was setze ich dir denn mal in die Tür rein? Wieder. Schau denn geil aus. Oh, Metos. Mach mal erst mal. Wenn ich ihr jetzt Honigwaben schenke, sagt sie mir, dass sie nichts von Fremden annehmen darf. Sorry. Hä? Damit geht's nicht? Wieso kann ich mit Lapis kein Blau machen? Hä? Ich kann mit Lapis keine Blau... Äh, was? Lapis ist doch schon blau. Ja, nein, ich hatte eigentlich... Du musst jetzt bei einem Papststoff aus Labellatius... Nein, da geht nur einzeln. Ach so. Ich habe gedacht, da könnte ich hier so acht Stück drumherum, weißt du? Metos, Metos. Warte mal. Wenn du jetzt mit deiner Tochter... Hallo, Metos? Ja? Wenn du jetzt mit deiner Tochter reden würdest, würde sie dir dann davon erzählen, wie sie von einem irgendeinem Fremden auf minus 1533 Herzen gebracht wurde? Das ist blöd. Metos. Hallo, Frage beantwortet. Moment, Moment, Moment. Ich habe dir gerade eigentlich gar nicht wirklich zugehört. Ja, wir müssen... Also, ich werde auch jetzt meine Folge beenden. Ja, ja, machen wir. Ihr Ende ist... Aber ja, man darf nochmal seine Frage stellen. Wenn du jetzt mit deiner Tochter reden würdest, würde sie dir davon von einem Fremden erzählen, der sich ständig Feuer und Flamme macht und schon bei minus 1700 ist? Probier mal. Deagieren. Warte mal. Geschichte erzählen, High Five schenken. High Five. High Five mit der Axt ins Gesicht. Oh, guck mal, jetzt ist es wieder Feuer und Flamme für ihren eigenen Fremden. Das eitert schlecht raus. Ich glaube, die ist nicht ganz in unserer Kultur groß gewachsen. Ähm. Guck mal, wie sie Feuer und Flamme für Metos ist. Ach. Jetzt scheint sie wieder normal zu sein. Warum kann ich aus ihrem Inventar Zeug rausnehmen? Jetzt ist sie nur traurig. Du hast ihr Zeug raus... Nimm mir das Zeug nicht weg. Ich kann in ihrem... Warum kann ich mit ihrem Inventar interagieren? Keine Ahnung. Ist das ein Bug? Weil ich lege hier gerade alle möglichen Blumen rein. Ja, das bringt aber eigentlich nicht viel, wenn es das nicht als Gift gibt, oder? Weißt du es nicht? Ich kann ja mal Kohle geben. So, jetzt ist das halbe Inventar von der Kohle. Ich kann hier immer noch Reitepferd ausrüsten. Äh, auswählen. Gut. Äh, lass bitte meine Tochter in Ruhe, ja? Machen wir schon die Türen raus. So, ein Bett müssen wir auch noch bauen dann. Aber machen wir in der nächsten Folge. Ich sag bis dahin. Und tschüss. So, bei was bin ich jetzt eigentlich? Minus 7.750. Ich sag auch tschüss, Leute. Bis nächste Woche da rein. Tschüss. Tschüss. Seine Sochter weint. Ja, lass sie bitte jetzt in Ruhe. Lass sie weinen. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Z говорить, quit mü Regular. faktiskt schon. Ja, mach ich.